So, hallo zusammen. Wie ihr wahrscheinlich gerade seht, muss ich hier mal ein bisschen improvisieren. Ich habe nämlich irgendwie das Verbindungsstück zwischen Stativ und Kamera gerade nicht parat. Aber ich denke mal, so sollte es gerade auch passen. Auf jeden Fall, in dem Video, was ihr jetzt seht, habe ich gegen den, ja, ich glaube es ist der beste Antispieler der Welt gespielt. Ich kenne zumindest keinen anderen, der auf dem Niveau spielt. Und zwar der Luca Malanovic. Und der Luca spielt an Material ein Texacarbon von Dr. Neubauer. Der rote Belag ist der ABS 2 Pro in 2,0. Und auf der Vorhand in Schwarz spielt er, denke ich mal, noch immer den Doneg Blue Grip C2. 55 Grad, ziemlich hartes Ding. Und, ja, ich habe einmal normal gegen ihn gespielt, einen Satz. Und einmal mit meinem damaligen Defensivholz. Und, ja, genau. Und wenn ihr euch auch gerne mal ein Anti zulegen wollt oder vielleicht sogar dasselbe Setup wie der Luca, Luca, könnt ihr gerne mal in der Infobox nachschauen. Und wenn ihr euch dazu entscheidet, den zu holen, könnt ihr sogar noch mit meinem Rabattcode 20% sparen. Also jetzt viel Spaß zwischen TTBL-Antispieler Luca und Kreisligamann Thorsten. Also, viel Spaß. Und, ja, ich habe noch mit meinem Rabattcode 20% sparen. Und, ja, ich habe noch mit meinem Rabattcode 20% sparen. Und, ja, ich habe noch mit meiner Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Es gibt einen Kniemack. Ich bin schon. Es wird verändern. Ja! Vielleicht hat er das? Ja, das ist ein Kniemack. Aber er hat Instagram und Whatsapp. Instagram. Whatsapp. Whatsapp und Leibniz. Leibniz. Ah! Ja, aber für Seko ist es okay. Für Seko ist es besser. Ja, aber es war rei. Jetzt an der einfach schon klappen. Ja du sollst du. Du sollst das auch machen. Okay … Ja, das ist eine ... Ja, das ist eine ... Und deine Rundsrunde? Ja. Ich wollte eine Rundsrunde machen. Ich möchte eine Rundsrunde machen. Ihr habt ihr mitgebracht. Ich bin mit dir eigentlich, ich mache die Rundsrunde. Und wir wollen einfach ein paar Hunde machen. Und wir kommen jetzt noch ein paar Hunde. Ich kommt ja in einer Richtung. Aber weil ich schon zumachen. Ich denke, der Ball würde so kommen. Das ist ein guter Ziel, dass er ein bisschen was zum Rennen kommt. Aber ich so, der Ball würde so kommen, dass er so ist. Ich bin jetzt so, dass die einen einfach keine Anwendung ausbringt, aber der Ball geht nicht in die andere Richtung.